Herzlich Willkommen zu diesem kleinen Info-Video, wo ich euch einfach nochmal darüber informieren möchte, dass ich im Moment einfach keinen Internetzugang habe, zumindest über einen normalen PC. Ich werde versuchen, überhaupt dieses Video hier erstmal über das Handy irgendwie hochzuladen. Muss ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Und dann versuche ich natürlich auch weiterhin Let's Plays zu produzieren, insoweit ich das dann produzieren kann, weil teilweise habe ich ja die Spiele über Steam, die Spiele über Steam funktionieren gerade nicht, weil ich kein Internet habe und bla. Und ich versuche euch nach wie vor irgendwie zu versorgen mit Zeug, was ich jetzt irgendwie noch vorproduziert habe und so weiter und so fort. Es kann aber auch passieren, dass halt einige Let's Plays jetzt einfach mal aussetzen. Muss ich mal gucken, wie das Ganze jetzt funktioniert und ich hoffe, dass das Problem jetzt so schnellst wie möglich irgendwie behoben wird und dass alles wieder seine normale Routine nachgeht. Gut, das war es jetzt auch schon mit dem kleinen Info-Video und ich hoffe, das klappt jetzt mit dem Hochladen. Also bis denn!